Es ist klar, wir wollen Revanche. Wir wollen versuchen, ein gutes Spiel zu liefern morgen, wie auch am Samstag. Wir versuchen, so viele Punkte zu holen, wie es geht. Gegen die Indiens und gegen Aalborg muss man einfach disziplinierter spielen. Wir haben uns da selber geschlagen, versuchen 5 zu 5 zu spielen und im Powerplay. Das Powerplay muss auch besser funktionieren und einfach versuchen, mehr Scheiben zum Tor zu bringen und wie schon öfters gesagt versuchen, diese schmutzigen Tore wieder zu schießen. Das Powerplay Das Powerplay 5. 6. 6. 7. 9. 10. 11. Bis zum nächsten Mal.